Also das ist eine absolute Weltneuheit. Ein globales Feel-Good-Thing, das nur auf ihre Förderung wartet, liebe Investorinnen und Investoren. Mit Seelenheil, Vergebung der Sünden, rund um die Uhr Seelsorge plus soziales Engagement mit eigenen Krankenhäusern, Schulen und Kitas. Also ein gutes Gefühl. Klingt spannend. Dafür gibt es bestimmt einen Markt. Und wie soll das Ganze heißen? Ich nenne es die katholische Kirche. Und warum sollten wir dieses katholische Kirche fördern? Genau. Was ist denn Ihr Alleinstellungsmerkmal? Unsere Vertreter vor Ort und auch unsere Fachkräfte in den Zentralen tragen eine einzigartige Arbeitskleidung, so wie diese hier. Ein unverwechselbarer Look, der eine positive Außenwirkung garantiert. Ah, interessant. Also in solchen Kleidern dürfte ich bei katholische Kirche arbeiten? Äh, nein. Diese Gewänder und somit auch die damit verbundenen Ämter und Positionen sind allein Männern vorbehalten. Also nee. Männer in solchen Kleidern hätten bei mir ja gar keine Chance. Gar nicht schlimm, denn diese Männer in den Gewändern haben in der katholischen Kirche sowieso Frauen verboten. Also stehen die auf Männer? Auch verboten. Kommen die da nicht auf komische Gedanken? Heikles Thema. Aber es gibt in der katholischen Kirche sehr gute Versetzungsmöglichkeiten. Also ich würde sogar sagen die besten. Aha. Aber dann sagen Sie doch mal etwas zu Ihrem Vertrieb. Gerne. Ein weltweites Filialnetz mit prunkvollen Flagship-Stores in bester Lage in allen Städten. Und erstmal unsere Zentrale in einem eigenen Staat, mitten in Rom. Das ist der absolute Hammer. Das klingt aber ein bisschen größenwahnsinnig. Und kostet sich ein Vermögen. Allein die Instandhaltung. Wie wollen Sie das finanzieren? Kein Problem. Bei den Krankenhäusern, Schulen und Kitas übernimmt zu 90 Prozent die Kosten der Staat. Katsching! Warum in Gottes Namen sollte der Staat das machen? Ja, ähm. Und den Rest finanzieren wir mit einem Abo-Modell. Über 20 Millionen zahlende Kunden alleine in Deutschland. Sehr ambitioniert. Welcher Mensch bei Verstand schließt denn freiwillig ein Abo bei so einem frauenfeindlichen Unternehmen ab? Niemand. Das Besondere an der Geschäftsidee, die katholische Kirche ist ja, dass das Abo mit einem Baby abgeschlossen wird. Mit einer Unterschrift? Nein. Einfach Wasser über den Kopf und zack, fertig ist der Vertrag. Bitte? Ich glaube, Sie könnten auch ein bisschen Abkühlung vertragen. Wir haben genug gehört. Aber die ganzen Pilgerstätten, organisiert von eigenen Reisebüros, Merchandise vor Ort. Raus, aber sofort. Sicherheitsdienst! Der nächste, bitte. Actionfiguren mit magischen Kräften, Open Airs mit tausenden von Menschen. Ein Riesen-Business! So, was jetzt? Zuerst in die eine Ecke deuten. Da gibt es noch mehr von extra drei. Dann in die andere Ecke deuten. Da kann man abonnieren. Wichtig, das mit der Glocke sagen. Okay. Das mit der Glocke. Das alles bitte locker, fröhlich und entspannt. So. Vielen Dank.